Herzlich Willkommen bei Karamananda ganzheitlich gesund. Ich möchte heute noch ein paar Worte sagen über unsere neu gegründete Online-Akademie, was dort geboten wird, warum wir diese Akademie gegründet haben. Das hat nämlich auch seine Hintergründe. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und behandle ganzheitlich und ursächlich meine Patienten. Und wir haben ja diesen YouTube-Kanal. Und ich habe schon wirklich, glaube ich, sehr viele Videos hier auf YouTube gebracht über die unterschiedlichsten Themen, auch Patientenbeispiele, lange Fachvorträge habe ich gebracht über bestimmte Themen, allerdings auch Interviews mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Also ich schöpfe schon die Möglichkeiten für YouTube ganz gut aus. So, es gibt aber auch Grenzen bei YouTube. Wir möchten ja Leute erreichen, Menschen erreichen und denen helfen, helfen gesünder zu werden in bestimmten Lebenssituationen, ob es ist Erschöpfungssyndrome, Zivilisationserkrankungen oder auch in der Präventivmedizin, weiß Gott wie auch immer, eben diese Krankheitssymptome oder auch präventive Maßnahmen, die ich hier in meiner Praxis tagtäglich mache seit ganz vielen Jahren. Und auch die Erfahrung möchte ich weitergeben, ich habe jetzt tausende von Patienten gesehen, zehntausende von Laborbefunden ausgewertet und meine Patienten auf der ganzheitlichen Ebene behandelt, immer individuell, jeden Patienten individuell, nie standardisiert, habe ich nie gemacht. Wie ich es auch schon von anderen Ärzten oder Therapeuten mitbekommen habe, habe ich nie gemacht. Und diese Erfahrung würde ich gerne weitergeben. Und da sind mir natürlich auf YouTube zum Teil die Hände gebunden. Zum Beispiel haben wir ja die Online, den Online-Kursseite karmananda.online gegründet und der eine Kurs über das Burnout-Syndrom geht ja allein, da rede ich ja allein, über elf Stunden. Das kann ich ja nicht auf YouTube stellen. Dann haben wir noch acht Achtsamkeits- und Bewusstseinsvideos gedreht und acht ganz ausführliche Yoga-Videos, ganz professionell. Das ist ja ein Paket, das kann man nicht auf YouTube stellen. Das würde ja untergehen auf YouTube in den einzelnen Videos. Das funktioniert so nicht. Und wir haben natürlich das ganz professionell gedreht. YouTube, da stelle ich mich vor die Kamera und mache was. So wie jetzt auch aus dem Stehgreif. Manchmal bereite ich mich auch vor. Aber das ist natürlich dann schon deutlich professioneller. Wir haben auch weitere Themen, über die wir aufklären möchten. Jetzt haben wir uns überlegt, wir können natürlich über jedes Thema dann einen Kurs anbieten. Oder wir gründen eine Akademie, wo man eben einen bestimmten Betrag X im Monat bezahlt und ist dann Mitglied und kann dann zugreifen auf bestimmte ausführliche Videos, Vorträge, auch Vorträge von mir. Ich habe einige Vorträge, die wir dann in die Mediathek reinstellen. Auch Fachvorträge. Und eben nehmen wir bestimmte Themenbereiche, wie zum Beispiel zu Beginn das Thema Immunsystem und dieses Thema, da mache ich dann Vorträge drüber. Ich habe schon drei Vorträge über eine Stunde eingesprochen und die werden dann abrufbar in der Akademie. Des Weiteren Interviews mit Kolleginnen und Kollegen von mir, Live-Vorträge von mir und von Kollegen, also wirklich live, wo man auch Fragen stellen kann und extra Fragestunden dann auch noch live mit mir. So kann ich den Leuten näher kommen. Das kann ich natürlich auf YouTube auch nicht machen, geht nicht. Und ich darf natürlich vieles auf YouTube auch einfach nicht sagen. Da sind mir auch die Hände gebunden. Ich spiele jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt von einem Vortrag ein. Da rede ich jetzt über Long-Covid und Spike-Proteine in Bezug zum Immunsystem. Da zeige ich mal einen kleinen Ausschnitt. So etwas wird dann auch geboten in der Online-Akademie. So. Moment, bitte. Herzlich willkommen bei unserer Online-Akademie Kamerananda in ganzheitlich und gesund. Heute möchte ich noch einen quasi Sondervortrag halten, also extra oben drauf. Diesen Vortrag habe ich vorbereitet als Online-Kurs über Spike-Proteine, Mikrotomben etc. Und ich habe mir gedacht, kann ihr in diesem Rahmen einfach diesen Anteil dieses Vortrages mal rausnehmen. Den ganz freien Vortragen in Bezug zum Immunsystem. Also ich einfach mal ein paar Sachen hier erzähle. Ein paar Dinge über Long-Covid. Und dann fange ich einfach mal an. Also ich mache das ganz frei heute und habe hier meinen bisher vorbereiteten Vortrag einfach als Vornagel. Also dann fangen wir mal an. So. Und dann habe ich mal angefangen und habe eine Stunde das vorgetragen. Ich habe den gesamten Vortrag dann doch genommen. Ich habe dann nicht nur einen Teil rausgenommen und habe das alles mal ganz genau erklärt mit Therapiemöglichkeiten und so weiter. Super, super spannend. Kann ich hier auf YouTube nicht bringen. Geht nicht, was ich da erzählt habe. Also, solche Dinge präsentiere ich dann auch. Und ich habe unheimlich viele Ideen, was ich machen kann. Und da werden natürlich dann, ja wie gesagt, ich kann ja freier reden. Nach jetzt zweieinhalb Jahren YouTube-Vorträgen, YouTube-Beiträgen, über 450 Beiträge. Ich mache weiter auf YouTube natürlich. Aber ich möchte mehr in die Tiefe gehen und ich möchte die Leute besser erreichen und auch mit ihm ins Gespräch kommen. Nicht nur als Patienten. Und das können wir auf so einem Feld, in so einem Rahmen machen, einer Online-Akademie. Das sind einige der Hintergründe. Okay, ich habe alles unten verlinkt unter diesem Video. Kannst du gucken, kannst du draufgehen auf die Links. Kein Problem. Schau es dir an. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Liebe und Gute euch allen. Vielen Dank fürs Zuschauen.